Liebe zur Weihnachtszeit, liebe mich! Okay. Das sind jetzt schon wieder alle. Ja, nee, ist klar. Dummes Schwein. So. Aber da. Ist irgendwo ein Schatz. Obendrauf wahrscheinlich. Ja. Obendrauf! Danke! Hallo! Da ist ja nichts dagegen, ne? Danke! Ui! Oh. Was ist das denn? Das ist neu. Cool und voll, Rauchbomben voll, 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 ich bin voll, alles ist voll. Hab wir da! Fertig. Dammt! Ah, ich kann meine Kräfte nicht zu kontrollieren. Wo war das Animus-Fragment vergessen? Animus-Fragment? Ja. Hör auf, Mauernot zu laufen! Das ist unglaublich. Ich spring doch da hoch, dankeschön. Da komm ich schon nicht hin. Daneben springen! Nein, nein, ich treffe voll, 100%. So, komm. Jetzt machen wir die Mission starten hier. Ein bisschen Geschichte vorantreiben. Später können wir uns dann ein bisschen austoben hier. Yeah, austoben! Morgen! Dann kommst du sowieso noch mal raus. Äh. Vertraut mir, diese Omer sind in Frankreich eisbegehrt. Ah! Der Bauern... Richtig! Natürlich! Würde ich mir einen. Wurde auch Zeit. Wir haben eine Spur zu diesem Manuskript. Ihr werdet das nicht lesen können. Das kann niemand einfach so dummkopp. Deshalb brauchen die Templer ja so lange damit. Aber einer von uns hat ihre Arbeit gesetzt. Ein Pirat? Ein Spion im Dienst der Piraten. Wir segeln nach Antikosti. Das wird ein guter Test für diese schwimmende Müller. Eine Mutter! Schiff nennt. Der hat seine Mutter. Ja, eine schwimmende Schiffe. Weil das so auch wie sie auch auf ihr gekommen wird. Wie verlässlich sind die Piraten. Nicht betrachte sie als Frieder Schäden. Wenn die Zeit kommt, leichten sie Hilfe im Kampf gegen die Templer. Stimmen wie das muss doch nur, dass die Templer die Finanzen. Herr Schwer? Herr Templer wird nicht überdrehen. Nein, das ist besser als Michael Jackson. Nicht ganz. Hä? Hör mal. Der ist da vorne und da hinten gewutscht. Ohne, dass er sich bewegt hat. Keine Socke wegen Löchasseur. Wuii... 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 eine legende bruderschaft er war die plage der karibik auf augenhöhe mit männern die blick wird und wir von uns nichts gesagt von uns wird nichts gesagt von uns wird nichts gesagt ja warum auch total gemein fernreuer fettig Was denn? Ich sage, das ist ein guter Tag, König George krassen zu leeren. Geht ab. Ein paar Schüsse dürften sie lahmlegen. Mit Mann und Maus runter. Und unserer Beute. Wir können sie kapern und schläfern, bevor die Kuh weiß, was los ist. Na los, komm. Na los, dann gibt's hier keinen Y-Scheiß mehr. Hast du noch nicht. So, was? Musst du dir erst alles kaufen. Ja, komm her. So. Naja, was sei wahr. Noch ein Schiller, was uns angreift. Interessiert mir bei herzlich wenig gerade. Und dann. Oh, hier werden ja kein Ding jetzt machen. Für die Morrigan. Ja, hättest du einfach mal direkt diesen Scheißattentat gemacht. Von da oben. Wie ich es dir befohlen habe. Aber wir wissen ja. Assassin's Creed hat bis jetzt immer noch die beste Steuerung, die ich jemals erleben durfte. Ja, Assassin's Creed war der Hammer eigentlich. Es klingt so, als wenn ich viel über das Spiel meckern würde. Aber es ist halt nochmal so. Nein, Assassin's Creed ist ja an sich ein geiles Spiel gewesen. Nur für mich ist es irgendwann nur noch Geldmacherei. Und darauf stehe ich einfach nicht so extrem, wisst ihr. Alter, es haben gerade zwei Leute auf dich rein gehauen. Stirb jetzt. Und akzeptiere meinen B, wenn ich B drücke. Bam. Bam. Und B. Bam. Mach weiter. Ich will weiter machen. Ach man. So, diesmal ist es von der anderen Seite. Okay. Die Morrigan reparieren. Ausschlachten. So. Na dann schlachten wir lieber aus. Morrigan ist ja anscheinend ganz gut. Auch dabei. Das ist natürlich cool. Aber leider sieht der Typ hässlich aus. Das ist ja noch hier rum. Das Meer von hier bis an die Kosti ist drauf, Captain. Wir müssen die Morrigan merken bevor es weitergeht. Kann gar nicht sein. Was denn? Bei ihm können wir kaufen, was wir brauchen. Ich wusste gar nichts von einer Bruderschaft auf Haiti. Ja. Wo war die Fronsoama? Ich habe alles hier mit. Ich reportiere viel mehr. Maroon 5. Das sind entflohene Sklaven und ihre Kinder, richtig? Genau. Fels Chandaché. Der kam einen Hafen los, nur um beim Erdbeben zu sterben. Aber Haiti ist doch französisch, nicht? Nein, ist es. Und hier helfen die Assassinenkönig Ludwig. Aber auf Haiti halten die Franzosen die Sklaven, welche die Assassinen befreien. Ist das der Ort? Ich sehe nichts als Fischer und Plätze. Hi. Herce und Fischfang gehen Hand in Hand. Das ist natürlich geil. Zuerst fischen Franzosen, die aber König George beansprucht ja für ja mehr. Was war das denn jetzt? Ich bin auch mal ein weiter von weg. Du hast vorne in den Ramm spürt. Hör auf zu schießen! Du sollst aus... Nein, du sollst einfach nur das Ding verlassen hier, verlappt noch mal. Naja, äh, bei einem kämpfen sie für die... Franzosen da, was sie sich für die Typen. Anderen... Clown sie deren, äh, Leute wieder. Ist auch bescheuert. Das ist ja... Das funktioniert ja überhaupt nicht. Können wir, dass er böse wird. Du bist betritt euch, Käpt'n. Du köfen. Morrigan verbessern. So. Das hier einmal. Und das hier einmal. Okay. Verkaufen. Boah, können ja richtig Kohle mitmachen. Egal. So, haben wir mal ein bisschen verbessert hier. Sehr schön. So, Leute. Dann würde ich sagen, werden wir das Ganze erstmal hier an dieser Stelle. Äh, haben ein bisschen von Rogur kennengelernt. Und, ähm, werden demnächst noch viel mehr kennenlernen. Ich verabschiede mich jetzt erstmal für jetzt. Erstmal für jetzt. Erstmal. Und, äh, mach dann gleich mit Alien weiter. Und danach, gucken wir mal. Ja. Wer hat mich für's Zusehen? Wie immer, schulde alles in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal online. Ciao.